Musik Hey meine Leute da draußen, ich bin's Jan von Buddies United und heute wieder ein kleines Pack Opening der FIFA 365 Sticker. Ich habe ja bereits ein Starter Pack geöffnet und nochmal 5 Päckchen und zwar gestern, also falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, sind oben in der Infokarte und auch nochmal in der Videobeschreibung. Heute öffne ich 4 Päckchen dieser Serie, sehen richtig geil aus hier. Die habe ich aus England, in Deutschland kommen sie raus am 9. September wahrscheinlich, soweit ich weiß und dann werden natürlich nochmal mehr Pack Openings kommen und auch größere, aber bisher habe ich, wie gesagt, ich habe sie aus England und ich habe auch nicht so viele bekommen. Deswegen heute 4, gestern habe ich schon mal 5 geöffnet und auch noch mal im Starter Pack waren hier auch noch mal 5 Päckchen drin, also sind schon ein paar beisammen. So sehen die von vorne aus, The Golden World of Football 2017, also die neue Saison. Dann öffne ich das Ganze mal und da fangen wir schon mal sehr, sehr gut an. Arjen Robben, also Kopf, das sind auch, hier ich kann es kurz zeigen. Man klebt nicht den ganzen Säcke auf, sondern nur den Kopf, man kann auch den ganzen aufkleben, aber eigentlich ist es gedacht, dass man nur den Kopf aufklebt. Ja, Arjen Robben, richtig nice. Dann haben wir Nigeria hier, beim U17 WM haben sie gewonnen, hier Nigeria Winner. Richtig nice, ist klitzernde. Dann haben wir Chiellini von Juventus Turin, Basue von Ajax Amsterdam und Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund. Machen wir weiter mit Pack Nr. 2, da haben wir als erstes D'Alessandro von River Plate. Dann haben wir als nächsten klitzernden das Logo von Olympiacos Pereos. Dann haben wir erst über den Cambiasso, auch von Pereos. Dann haben wir Florenzi von AS Rom und noch Biabiani von Inter Mailand. Also diese Sticker, ich finde das Design, dieser Sticker und insgesamt dieses Konzept finde ich richtig geil. Und auch, dass man wirklich viele verschiedene Teams dann hat. Hier hat man Danny Simpson vom aktuellen englischen Meister Leicester City. Das einzige englische Team übrigens, was dabei ist. Letztes Jahr war es Menjo, dieses Jahr Leicester. Dann haben wir Fortunis, wieder von Olympiacos Pereos. Dann Dumbia von FC Basel. Basel, Rani, äh Semikidira. Rani Kidira ist ja dein Bruder, ich bin bei Leipzig. Aber Semikidira natürlich von Juventus Turin. Und dann noch Gile, der Torhüter von Standard Lüttich. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Packchen von diesem kurzen Pack Opening. Dann haben wir als erstes hier Gonzu Evergrande. Richtig nice. Dann Barcelona Logo. Also ich glaube, die 10, ich weiß nicht, ob die als Glitzernde ziehen. Die glänzen schon so ein bisschen. Aber hier richtig glitzernde Barcelona Logo. Dann haben wir Sousa von Fenerbahce. Dann haben wir Feldmann von Ajax Amsterdam. Und auch noch Davy Klaassen, auch von Ajax Amsterdam. Und ja, richtig nice. Auch wieder dieses Pack Opening, richtig geil. Auch wieder mit zwei Logos. Barca und Olympiacos Pereos. Kann ich ja nochmal näher zeigen. Also ich finde, Design von den Stickern richtig geil. Ja, natürlich in Golden. Das ist jetzt Motto Golden World of Football. Alles ist in Gold. Und das ist richtig geil. Also am 9.9. kommt sie wahrscheinlich in den Handel bei uns. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal einen großen Daumen nach oben, falls ihr neu seid. Abonniert nicht vergessen. Schaut euch auch die anderen Videos an. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder hier bei Badis United. Ciao. Ciao.